Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, wenn du den neuen Tag beginnst, sei auf mögliche verbale Auseinandersetzungen und Herausforderungen vorbereitet, die auf dich zukommen könnten. Aber vergiss nicht, dass die Liebe auf deiner Seite ist. Deine innere Stärke und Authentizität werden dich leiten und es dir ermöglichen, jede Situation mit Anmut zu meistern und siegreich aus ihr hervorzugehen, ungeachtet der Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen. Konzentriere dich auf Aktivitäten und Situationen, die deine Stärken und nicht deine Schwächen hervorheben, denn das wird dich befähigen, auch im Angesicht von Widrigkeiten zu glänzen. In den letzten Monaten hast du wahrscheinlich viele emotionale Auswirkungen erlebt. Es ist wichtig, dass du diese Emotionen verarbeitest und dich auf kommende Erlebnisse vorbereitest. Ziehe in Erwägung, Yoga-Übungen in deine Routine einzubauen, da sie einen strukturierten und achtsamen Ansatz zur emotionalen Entspannung und Selbstfürsorge bieten können. Achte bei diesen Übungen besonders auf deinen Atem, denn eine langsame und tiefe Atmung kann deine gesamte Lebenseinstellung nachhaltig beeinflussen. Wenn du deinen Atem in den Vordergrund stellst, kannst du deine Perspektive von einem Gefühl des Auseinanderfallens zu einem Gefühl des Zusammenkommens in den kommenden Monaten verändern. Zusammenarbeit und Interaktion mit anderen spielen eine entscheidende Rolle, um einen reibungslosen Tag zu gewährleisten. Auch wenn es verlockend ist, alles alleine zu machen, ist es wichtig, den kreativen Input deiner Mitmenschen einzuholen. Zögere nicht, deine Ideen an andere weiterzugeben, denn ihre Einsichten und Perspektiven können wertvolle Lösungen und neue Sichtweisen bieten. Zweite und dritte Meinungen können der Schlüssel zum Erfolg in deinen Unternehmungen sein. Wenn du eine Vorliebe für Philosophie hast oder dich gerne mit tiefgründigen, zum Nachdenken anregenden Themen beschäftigst, könnte der heutige Tag dich und deinen Partner zu interessanten Gesprächen über Philosophie und Mystisch führen. Diese Gespräche könnten in tiefgründige und mystische Bereiche vordringen und euch beiden die Möglichkeit geben, euch auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Es ist jedoch wichtig, in diesen entscheidenden Momenten aufgeschlossen zu bleiben und nicht zu pedantisch zu werden. Lasst euch auf Magie und Wunder ein und erlaubt euren Gesprächen, über das Gewöhnliche hinauszugehen und das Außergewöhnliche zu erkunden. Wenn die Sterne in einer Reihe stehen, wird eine tiefgreifende Wahrheit zum Vorschein kommen, die deine Welt mit Positivität und Klarheit erfüllt. Bereite dich auf einen Moment der Enthüllung vor, in dem verborgene Geheimnisse und verborgene Tatsachen ans Licht kommen. Diese Enthüllung wird dich ermächtigen und die Voraussetzungen für bedeutendes persönliches Wachstum und Transformation schaffen. Nimm dieses kosmische Geschenk mit offenem Herzen an, denn es birgt das Potenzial, dein Schicksal auf höchst erbauliche und glückliche Weise neu zu gestalten. Vertraue auf die Führung des Universums, wenn du dich auf diese Reise der Erleuchtung begibst, denn die Wahrheit hat die Kraft, zu befreien und zu verändern. Da der Mond heute im wässrigen Zeichen der Fische steht, sind die Emotionen tiefgreifend. Diese Gefühle zu verstehen und zu steuern, kann eine komplexe Aufgabe sein. Es ist ratsam, offene und ehrliche Gespräche mit vertrauten Freunden oder Familienmitgliedern über die Geschehnisse in deinem persönlichen Leben zu führen. Wenn du deine Gedanken und Erfahrungen mit ihnen teilst, erhältst du wertvolle Einblicke, die dir helfen, deine Motive und Wünsche besser zu verstehen. Dieser Prozess der offenen Kommunikation fördert das persönliche Wachstum und sorgt für mehr Klarheit in deiner Gefühlswelt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Musik Untertitelung des ZDF, 2020